Egal Sagt mir einfach, wenn ihr fertig seid und alle fest habt, ich warte hier rechts auf euch Was ist das? Teleport Oh Gott, das ist alles so neu und anders, irgendwie Ist man nicht normalerweise in vier Städten gestartet, Schatz? Ja Wir haben da komplette Spielveränder Ja, natürlich haben die alle, wo fünf Monate nicht gezockt, denkst du, die, äh Nee, ich hab das noch mitgekriegt, dass die alle hier starten Ja, kann ja sein Ja, siehst du, als wir angefangen haben, der hat jede einzelne Dinge, ähm, ja, eine eigene Stadt gehabt So, okay Ich hab alles So, nein, du hast nicht alles, geh mal, komm mal zum Schmied Komm mal hier zum Schmied, alle zum Schmied Gut, hast du schon von der Rüstung aus Drachen schon gehört? Ich hab aber alle Nee, Schatz, hast du schon repariert, die Rüstung? Und? Wie viele Drachen hast du schon geschlachtet? Ich hatte nichts zu reparieren Du musst seine Rüstung reparieren, das ist ein Quest Sieht komisch aus, oder? Nur irgendwie, äh, könnte ich die Quest nicht ab... Ach doch, da... Kein Gegenstand zu reparieren Du musst... Guck mal in dein Inventar, Inventar Unter Ausrüstung, und da ist ein Quest-Item Und da ist ein Quest-Item, das musst du da reparieren So... Das ist für mich gerade wieder eingefallen Die Quest kenne ich sogar noch Ich hoffe, es bleibt... Ja, man, jetzt hab ich keinen Mann schon hochgekühlt Macht der Wenn man nicht, ne? Jetzt hab ich Rüstungspulver, irgendwas war mit Pulver, ich will es nicht mehr Jetzt muss erstmal hier die Inventory Genau, und dann gehst du auf Ausrüstung, ziehst die Rüstung da rein Und dann sagst du dem, dass sie reparieren soll Nö, ich hab erstmal meine Klamotten eigentlich so Wart für Klamotten? Ja, das ist auch... Und die Klamotten kommt man doch so Klamotten hab ich schon repariert, so, wo muss ich dann abheben? Oh, cool Was? Geht doch Ja, ist doch eine Quest Du musst zu dem Typen hingehen, dann musst du auf Reparieren klicken Und dann ziehst du diesen Gegenstand, den du im Inventar hast, auf Bei Einzelnen Reparieren da in diesen Slot Und dann klickst du auf Reparieren, oder F1 Dieser Gegenstand braucht nicht zu repariert werden, ist repariert Ist schon repariert, dann müsstest du... Nein So Dann müsstest du ganz links wieder ein gelbes Fragezeichen haben Ja Diesen Gegenstand können sie anziehen, den zieh ich jetzt an Alter, der ist Level 4 und kann mich mal Sparta Sparta Jetzt machen wir so langsam ein Kopf hier Gleich gibt's nen Kick aus der Gilde Ja Genau Bald regnet Ich muss aber so irgendwie lange, das ist mehr Hallo, hallo, zwei von... Ich hab noch ne Sendung mit damit Zwei von uns haben das Spiel seit 5-6 Monaten nicht gespielt, einer hat es noch gar nicht gespielt Was erwartest du? Ich will sowieso krankenfehlen, mein Gott Das ist voll süß Schade, ich dachte, ich könnte die so tragen Wenn man die Klamotten verzaubern Guck Ich will dich tragen, ich will dich wegtragen Voll süß Ne, das ist nicht süß So, können wir jetzt raus? Ja, jetzt können wir nach rechts raus Und jetzt beginnt die erste, äh, der erste, die erste Mission Gleich Da, es gibt immer so Gruppenmissionen, Schatz, erinnert dich, ne? Die Sende Die Seiten hier Die sind in der ADW Irgendwun, irgendwo Wenn man mehr ahn, wo du bist Jetzt meinst du dir verhältst Kommt sich, die alle Morgene Akku sind So, mach 일�ig, mach ich mich, ne? Auch keine Mana Apfel So, so wenn man er ist die Fünfte in den und er dass er weitergehen Ola Lapp dann kann ich jetzt ein Punkt dass das ist das Richtige das wird sich dann auch Köln Köln ja so Jovo seit ihr alle in dieser Karte bisher auch da hatte komisch oder praktisch gut auch die Seite uns sind aber seit er aber wo ist der Gruppenleiter er kann nicht mal kann man jemanden Gruppenleiter in der Lauterstechnik wer ist der Gruppenleiter der Kongo Felix bewegte einen hinterliegen du bist die hessige Mischung da oben ja, natürlich ist Quest und so ach hier das Ding mit dem Wolf da oder wie da muss man immer in Vierergruppen rein aber unser toller Gruppenleiter ist ein bisschen zu doof herzukommen komm her, gib mir mal Gruppenleiter wie nimmt man die an? wie, wie nimmt man die an? ja, gib doch, hey, die einfach mal Gruppenleiter geh einfach mal auf die Beziehungsfenster, geh mal auf Gruppe, geh auf meinen Namen und klick mal bitte an, dass du mir Glied gibst oder so Gruppe teleporten Name kopieren rauswerfen Kommission Freunde Handel was willst du haben? ich hätt gern Lied ok, dann musst du aber warten bis der Lano-Erbte aufhört Leute, liest mal alle die Gruppe, geht nicht hier, geht nicht klar so, jetzt nimm mich mal an, nimm mir meine Gruppe ja so, wen haben wir da noch? Spirit in Gruppe Schatz, wo bist du? da so, wir starten mal den Shit, das machen wir jetzt mal in Gruppe ja, warte mal fertig wie hast du das gemacht? auf Y scheiße warte ich will meine Meteoritaste legen, weil das voll unbequem ist aber die Tasten sind total breit so Leute, das ist jetzt ne Mission viel Spaß dabei wir müssen die so schnell wie möglich erledigen und wir dürfen so wenig Schläge wie möglich einstecken alles verstanden? ich muss mal mein Soundlech runterschrauben, bevor wir weitergehen geht's zu laut geht's zu laut ich höre ich gar nicht mehr ok, ich bin knock-out kann ich's nur machen wieso bist du knock-out, was meinst du damit? na, ich hab keinen Mana mehr ohne Mana kann ich mich nicht mehr ey, wär schön, wenn dir mal mal helfen wird ich kann nicht, ich hab keinen Magier mehr ohne Mana du bist echt schlecht so, komm, weiter geht's sobald er ein Symbol mit einem nach rechts laufenden Typen ist und zwar nach rechts ich zieh das Akku der Mops und wir haut raus, los ich hoffe, dass mit dem Sound wir sind hier nicht in COW mit, äh, Tank und... so, jetzt alle, alle hier rein, alle in den Kreis rein, alle in den genau ich hoffe, das stimmt so mit dem Sound, dass ihr das, äh, anständig hört so, erster Boss oh nein, Vagabond Bossi, Boss, Boss weil er spielt heilig google erster legenden erster zugänglich erster legende erster legenden was unterbreche er macht ja meistens der Welt also ein Verbruch mit nur sehr an oder hat nicht da war gar nicht Erfolgreich. Nein, klaut mir alles. So, jetzt kriegen wir eine Belohnung. Je nachdem, wie gut wir waren. Ja, jetzt guck mal an, wer hier wie viel Prozent gemacht hat. Das ist ja... Ja, du hast die meisten Massenattacken. Naja, naja, ne? Aber gut, egal. Da konnte er gar nichts machen. Das ist ja voll scheiße. Was muss man nochmal drücken? Leertaste. Tja. So, da siehst du jetzt, was du bekommst. Was ist das denn? Regenbogenbeutel? Das ist bei mir nämlich nicht mehr Leertaste. EP-Boost-Trank. Die Tränke, die könnt ihr theoretisch gleich trinken. Ihr könnt da unten mal auch verlassen. Wir machen mal eben auf Beenden, bevor wir einen neuen Schwierigkeitsgrad machen. Denn ich werde jetzt gleich mal ganz kurz nach dem Sound nochmal gucken. Also nicht, dass da... Ich habe nämlich keine Lust, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich trinke mal eben meinen EP-Boost-Trank, mache mal den Beutel auf. Aha, gut, okay. Ähm... Wie, ne? Ja, wo ist denn da mit dem Inventory? Äh, I war da. I, genau. Also bis... Moment mal ganz kurz. Also warten wir kurz auf ihn. Hui. Sag mir, sobald du in der Mappe bist, denn das reicht schon. Klasse ist.